Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns die neuen veganen Pudding von Dr. Oetker an, in der Sorte Vanille und in der Sorte Schokolade. Ganz klassisch und hoffentlich auch richtig lecker. Es wird immer mehr, es wird immer mehr an veganen Produkten, die wir im Supermarkt finden und Dr. Oetker ist jetzt auch dabei. Wie gesagt, Love It heißt ja pflanzlicher Pudding in Schokolade und in Vanille. Von Ermann habe ich euch ja vor wenigen Tagen erst die veganen Pudding vorgestellt, die etwas ganz Besonderes hatten. Es ist nämlich auch noch Sahne obendrauf. Geschmacklich haben sie mir ganz gut gefallen. Es kommt so ein bisschen sehr dieses, ich nenne das immer gerne dieses pflanzliche durch, dieses Kichererbsen, Erbsige. Viele Leute finden ihn nicht ganz so gut. Ich habe so ein bisschen Kommentare gelesen, aber man muss ja auch sagen, die Leute, denen etwas nicht gefällt, die schreien am lautesten. Also von daher ist das immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Soll heißen, die Leute, denen es schmeckt, die schreiben es einfach nicht. Das ist halt nicht in der Natur der Sache, dass das so ist. Mal gucken, wie die hier sind. Ich habe ja auch den Dani Vegan getestet. Ein fantastischer Pudding. Die waren richtig, richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, was die andere große Marke hier bei uns in Deutschland kann, nämlich Dr. Oetker. Zwei Euro kostet ein Becher, 400 Gramm Packung, also in groß und eben klassische Sorten. Wir gucken jetzt einfach mal zusammen drauf, was drin steckt. Und vielleicht gibt uns das ja schon mal einen Anhaltspunkt, ob das eher so in Richtung Ermann geht oder eher so in Richtung Dani. Gucken wir als erstes drauf, was so drin steckt. Erstmal hier kurz Becherdesign. Ist übrigens ganz gut gelungen, wie ich finde. Vanille ist übrigens eine Orchideenart. Ist also eigentlich eine Blume. Mit Mandel, das Ganze vegan und hier auch nochmal ein paar Infos. Sojafrei, von Natur aus Laktosefrei, natürlich, kein Milchzucker drin, weil keine Milchglutenfrei. Ein veganes Puddingdessert, Bourbon Vanille mit 3% Mandelmark. Mandel ist immer sowas, was gut ankommt bei Veganern, glaube ich, oder als hochwertig angesehen wird. Tatsächlich ist es auch recht hochwertig und auch eine teurere Zutat als andere. Die Zutaten sind Wasser, brauner Rohrzucker, dann modifizierte Stärke, Tapioca. Das wird halt benutzt, um es anzudicken, logischerweise. Sprich, das ist hier auch relativ weit vorne. Sprich, die Kohlenhydrate, die hier drin sind, die kommen viel natürlich auch davon. Also meistens ist es natürlich Zucker, aber es kommt auch etwas von der Stärke. Das kann man dann hier unten bei den Kohlenhydraten sehen. Es ist Kokosnussöl drin und Mandelmark. Das Ganze soll dann wahrscheinlich so ein bisschen den Geschmack abrunden. Gibt so ein bisschen Fett natürlich auch dazu. Hauptsächlich aber auch durch das Kokosnussöl. Und ja, Verdickungsmittel ist zusätzlich noch welches drin, und zwar Karagen. Das bindet halt viel stärker als modifizierte Stärke noch, beziehungsweise bindet auch anders und ist letztlich auch ein Kohlenhydrat, aber eins, welches eigentlich jetzt nicht so klassisch abgebaut wird. Also das wird hier kaum erscheinen, beziehungsweise schlägt nicht auf, sage ich jetzt mal. Meersalz ist drin. Natürliches Bourbon-Vanille-Aroma ist gut. Dann ist nochmal natürliches Aroma drin. Und gemahlene Bourbon-Vanille-Schote, wobei man sich denken kann, wenn die an letzter Stelle steht, ist sie hauptsächlich drin, damit sie sie draufschreiben können und damit man schwarze Stippen drauf hat, die halt hübsch aussehen. Hier unten die Nährwerte 102 Kilokalorien, 5,3 Gramm Fett, Kohlenhydrate 13, 9,1 Gramm Zucker. Ich finde es gut, dass es nicht so eine Zuckerbombe ist wie viele, weil ich persönlich mag es zwar süß, aber auch nicht, wenn es pappsüß ist, deswegen hier ganz gut. Eiweiß natürlich so gut wie gar nichts drin, weil, ja, logischerweise eben keine tierischen Produkte in dem Fall drin und keine pflanzlichen, die letztlich, ich sage jetzt mal, die pflanzlichen Sachen ersetzen. Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas wie Sojabohnen drin oder ähnliches. Das Eiweiß, was man hier hat, das kommt so ein bisschen von dem Mandelmark, da wir jetzt herkommen. Okay, bei Schoko können wir auch kurz draufschauen. Hier sieht es ähnlich aus, auch was die Zutaten Nährwerte anschaut. Wir haben hier natürlich noch Kakaopulver drin, 2,1 Gramm und ansonsten sogar 2,7 Prozent Schokolade noch zusätzlich. Auch das Mandelmark, also insgesamt 2,7 Schokolade plus Kakao, also ja, ganz okay. Ansonsten soweit bekannt. Auch hier natürliche Aromen und ein bisschen Vanilleextrakt in der Schokolade, ja, gut, okay. Ja, bisschen nicht so sehr gefüllt, also fehlt erstmal ein Stück, suggeriert dann eine größere Packung als es ist. Machen sie fast alle inzwischen, aber manche machen es mehr als andere. Also es fehlt schon ordentlich oben, was sie hätten in welcher auch kleiner machen können. Sieht tatsächlich aus wie normaler Vanillepudding. Mir gefällt, dass die Konsistenz nicht so durch das Karagen zu sehr abgebunden ist, sondern das hat wirklich so eine, ich sage jetzt mal, normale Pudding-Konsistenz. Also da wird, glaube ich, mehr durch die Stärke gearbeitet zum Binden als durch das Karagen. Ein bisschen hier die Vanillestippen und jetzt gucken wir mal beim Schoko rein, ob das auch so schön intensiv ist. Oh ja, seht ihr, also ich meine, da fehlt schon einiges, da fehlt einiges, sage ich euch. Es war hier natürlich ein bisschen am Rand, aber schaut mal, ich möchte euch das jetzt hier noch einmal zeigen. Moment, da muss die Kamera hoch machen. Der ist bis hierhin gefüllt, wo mein Fingernagel ist. So, ja, also da fehlt wirklich ordentlich was. Das ist schon fast Betrug. Ja, das ist ein Viertel. Das ist wirklich viel. Also da gibt es auch nichts dran, schön zu reden. So, der Schoko. Auch hier eine schöne Konsistenz, schöne dunkle Farbe. Er dürfte sehr intensiv sein. Der Protein-Pudding von Dottke Oecker war auch ein sehr intensiver Schoko-Pudding. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der jetzt hier ist. Also ich muss sagen, der Dani-Vegan, der war ja wirklich der Ober-Shit. Der war ja auch Haselnuss drin bei dem einen, bei dem anderen Kokos. Der war so reichhaltig und voll. Ich bin gespannt, wie der jetzt hier mitkommt. Der von Ermann, der hatte das Tolle, dass er Sahne hatte, aber der Pudding selbst, der war gut. Und es war schön, dass es die Sorte Karamell gab. Aber dieses Kichererbsending, das ist schon nicht ohne gewesen. Also das muss man mögen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber es ist schon ein bisschen sehr speziell. Ah, ganz feine Sache. Der Vorteil ist, wenn man sowas wie Kichererbsen nicht reinmacht, man hat nicht so diesen Kichererbsengeschmack. Man hat hier quasi Fett, Kokosöl. Also eigentlich lustig. Es ist eigentlich, bis auf die 3% Mandeln ist eigentlich nichts Pflanzliches drin. Versteht ihr, was ich sagen will, ja? Weil Kokosöl und dann hat man Stärke drin zum Binden. Es ist also, als ob man Wasser abbindet, Fett reinmacht, Kokosöl und Aromen. Okay, wie gesagt, es ist Mandel drin, aber das war's. Aber das ist natürlich bei vielen veganen Produkten so. Das will ich jetzt nicht unbedingt kritisieren. Ich will nur sagen, ja, also das ist halt so, ich meine, das ist bei normalen Pudding auch nicht anders. Da ist dann Milch drin, da ist Eiwass drin, da ist Kohlenhydrate, aber das ist irgendwie mehr, was von etwas kommt. Versteht ihr, was ich sagen will? Also hier ist nicht viel, was aus einer Pflanze kommt, weil ich finde, das Kokosfett kann man jetzt nicht unbedingt da reinzählen. Natürlich auch, schwer zu erklären, wie ich es meine. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber wie gesagt, das ist auch in keinster Weise Kritik. Und der Pudding ist lecker. Hat eine schöne Konsistenz. Er ist wirklich nicht zu süß. Das finde ich auch sehr gut. Vanillig. Ja, man merkt so ein bisschen, dass Aroma drin ist. Also ein sehr, es gibt Puddings, die haben einen natürlicheren Vanillegeschmack als der hier. Ein bisschen künstlich ist es. Aber lecker. Jetzt gucken wir mal, was Schoko kann. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Love it, Schoko. Mal einen blöden Deckel hier ab. Scheiße, den muss ich eigentlich gleich wieder drauf machen. Ich kann jetzt hier nicht beide Puddings weghauen. Ah, oh Mann. So schokoladig. Richtig intensive Schokolade. Ein bisschen bitter sogar schon von dem ganzen Kakaopurver und der Schokolade da drin. Den Dr. Oetker Protein, Pudding, Schoko, den fanden viele zu intensiv. Oh, der ist mir zu bitter. Dafür hat man so einen intensiven Schokoladengeschmack. Und hier auch. Ganz, ganz lecker. Also ich finde, man schmeckt auch hier nicht oder kaum, dass es irgendwie vegan ist. Weil man hat eben nicht so eine stark schmeckende pflanzliche Komponente drin, wie Soja oder Kichererbsen. Die haben einen sehr starken Eigengeschmack. Hier hat man Mandeln drin. Die sind sehr mild vom Geschmack. Und das Kokosnussöl auch. Und so kann man den ganzen Geschmack steuern über so die Konsistenz von der Stärke und das Kakaopulver, das drin ist. Und eben die Süße. Ganz großes Kino. Also. Werden wärmstens empfohlen von mir. Probiert aber unbedingt auch die Dani Vegan und auch die von Ermann. Die Ermann-Dinger, die haben wirklich diesen Vorteil der Sahne, wenn sie auch geschmacklich nicht mit denen hier und denen von Dani mithalten können. Die schmecken auch viel, viel künstlicher. Da haben sie viele Aromen reingemacht. Und auch viele E-Nummern. Das ist eine große Sammlung. Ich persönlich finde das nicht so schlimm. Und gerade bei manchen Sachen wie so Sahne, die lange stabil sein muss, da gehören ein paar Sachen sowas rein. Hier hat man sowas wie Sahne nicht. Aber hier ist keine einzige E-Nummer drin. Das ist also wirklich ein bisschen natürlicher. Und da kann man jetzt ein bisschen diskutieren. Und da seid auch jetzt ihr an der Stelle mal gefragt. Wie seht ihr das? Vegane Produkte müssen sie für euch auch wirklich nicht nur vegan sein. Sprich kein tierisches Produkt. Und der Rest ist euch egal. Oder würde ich auch sagen, das muss auch wirklich möglichst naturbelassen sein. Wenig Aromen, wenig E-Nummern, wenig Chemie gepansche. Oder sagt ihr so wie ich auch, ich finde es toll, wenn ein Veganer-Pudding mit Sahne rauskommt. Und das ist so ein bisschen komplexer mit der Sahne. Das muss ja auch stabil bleiben. Ihr habt das ja gesehen. Da ist meterdick Sahne drauf. Das muss zwei Monate lang im Supermarkt stabil bleiben. Das funktioniert nicht ohne ein bisschen Zauberei aus der Chemiekiste, sage ich jetzt mal. Oder zumindest nicht einfach so auf die Dauer der Zeit. Sagt ihr, nee, das ist für mich in Ordnung. Ich esse das auch so. Oder es muss wirklich alles basic bleiben. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ein Abo für diesen Kanal. Damit ihr auch keines der weiteren Videos verpasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wie üblich. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao.